ich hab das gegentor nicht getroffen setzt euch einfach in irgendeine ecke er geht nach links ja weil er zu mir will aber ich habe ihn erwischt das ist aber schade für dich das ist das stream oder er ist der dritte ja jetzt die kriegt von auf die fresse selber schuld ich hab mal kurz den seinen helo unterbrochen ja das war's tschüss ich habe erst alles komplett verkündet ja das erkunden möchte ich ja noch machen ich wollte halt nur schon mal ein bisschen diese ganzen teleportation punkte machen weil ich will halt auch noch die ganzen ich will halt noch waffen finden looten und leveln jetzt gehen bei den baumwächter verprügeln ja das sollte machbar sein wenn ich so dass ich dann zu diesen gebieten nicht mehr zurückkehre bin sehr gerne hier überall weil es macht schon spaß weil man entdeckt ja immer wieder was neues vor allen dingen das spiel erklärt ich mag den nicht wo er hin muss ja hätte schön aua da macht er noch schaden also schild ist so geil von ihm na keks er mag dich gerade nicht ich mag den auch nicht ist so von mir Ja, ich seh schon. Ja, das ist wirklich schade. Mir ist auch schon aufgefallen, obwohl ich hier gerade mal zwei habe. Sagen sie es schon ähnlich. Boah, das macht schade. Trotzdem nicht ohne. Phase 2 halt, ne? Boah, diese Druckwelle. Da bist du Oberwelt extrem vielfältig. Das stimmt ja. BAM! Gibt mir dein Schild! Gibt mir dein Schild! Gibt mir doch dein Schild! Er hat mir 800 gebraucht. Ja, 800. Goldene Hellbade. Ja, das ist seine Waffe halt. Was bringen mir eigentlich die Rohlenbögen? Weiß nicht. Ich weiß, die Waffe ist gerade zu stark, aber... Wo seid ihr denn? Äh, ihr habt einen Boss gelegt. Der Boss ist tot. Ja, das war doch easy. Geht das jetzt als Pferd? Wird das jetzt als Boss als Pferd zählst? Nein! Mann! Ja, für keine noch nix! Mann, Quidi! Mach das, Musi! Mach das! Wir können ja auch noch diesen Pferdeboss auf dieser einen Brücke töten, der nur nachts kommt. Könnten wir? Könnten wir? Könnten wir? Ich hab ja eben noch nie gegen den gekämpft, deswegen weiß ich nicht, was der drauf hat. Dann mach ich's schon mal bis zur Nacht rasten. Ja, dann treffen wir uns Nordseite des Angielsees. Jetzt sind wir gerade ein bisschen gierig nach Buster. Ich mach heut kein Pass. Ja, ich weiß, dass ich nicht die Waffe nutzen kann. Ich will sie ja den anderen zeigen. Zeichen liegt. Wir kommen ins Bett, morgens Feiertag. Ja, nur aber in Berlin, ne? Okay, und Keks haben nicht wirklich Berufe, wo man frei bekommt. Was ist dieses frei? Ich hab jetzt erst mal ein paar Wochen frei. Ich nicht. Bei uns nicht. Ja, das ist wirklich nur in Berlin halt, ne? Bei mir kommt nix. Hast du's? Ah, jetzt, warte. Na? Okay. Cari! Hihi! Ich brauch grad nur einen Moment. Schönes Ding. ja kannst du nicht nutzen das kenne ich echt unfair also abseits der kleinen schadenfreude ja durch galileo ich muss wahrscheinlich war verwechseln machte mal kurz ich will gerade nur was gucken ja wir haben jetzt gleich in den version in den dungeons hat man wenigstens seine ruhe das stimmt da oben kommt er ja ich will es mir auf mich jetzt schießen lassen war ja klar länger ist nicht alles mein freund aber meine länge hat ihm doch was getan ich will seine ganzen drei euro zaubertricks aber er ist nach hause gegangen ja würde ich auch machen und geht zu mama und wein die leo mystery so schnell wieder weg war bestimmt netzwerk fehler das war ein witz pok das war ein witz er wurde genetzwerk fehler ist der fehler waren halt nur so diese zauber die man am anfang machen kann außer das alte mit dem langen schwert das weiß ich nicht was das war aber auf geht's aber hier kostet nichts alles gut hier musst du dir alles verdienen verdiene ist dir ich könnte aber langsam noch mal eine neue waffe vertragen ich würde auch gerne mal eine andere haben also abseits vom samuraischwert ich meine ich würde es zwar immer weiter nutzen aber ich finde meine ganz okay so im zeit mit frustration ja bitterlich und mit tränen ist der bonus bei ebay schon angebot ja das ist sind aber schmutzmädchen also ja ich habe schon ein bisschen angst vor dem das ist ein pferd oder es ist ein und der soll besser nicht kommen ist das schnell ja ich komme gar nicht hinterher Der ist so flink! Ich komme doch echt hinterher! Der ist doch viel zu flink! Ich weiß nicht, ob das Pferd blind ist. Vielleicht riecht es unsere Angst. Das Pferd kann man töten, ja. Ruck die Sau um! Meine Güte, jetzt sind der Herzogen, ist ja schrecklich. Alter, wird der dann easy? Ja, nur nicht übermütig werden. Macht schon schade. Warum nicht? Ohne das Pferd bist du gar nix. Nix! Nur nicht übermütig werden. Bam! Kriegsarsche Stoßhagel. Stoßen magst du. Ja, muss ich direkt mal ausrüsten. Ich fand das grad geil. Bloß nicht übermütig werden. Bam! Einfach von hinten umgestoßen. Der war jetzt auch echt nur wegen dem Pferd so übel. Ja. Du kannst Bosse nicht mehrmals machen, Pock. Bosse sind nur einmalig. Hm? Ja. Aber du kannst du an Gegnern, also die normalen, die hier so rumlaufen, kannst du verschiedene Items bekommen. Du kannst deine Waffe kriegen oder deren Rüstung oder ja. Ne, Bosse sind in Soul-Spielen immer einzigartig. Die kannst du nur ein einziges Mal legen. In dem Run. Ist auch besser so. Was im, ähm, wenn es ein neues Spiel Plus geben sollte. Es gibt New Game Plus. Ja, dann, ja, muss man nur sehen. Es gibt auch New Game Plus Plus. Ja, gut. Also ich glaub, bis 16 geht's. Da könnte es vielleicht sein, dass es dann anders ist. Dass man dann da noch was anderes bekommt. Warum, das geht's für den Glauben, Lisa? Weil ich den Glauben... Glauben... Weil ich den Zauber lernen will. Ja. Das war logisch. Okay. Glauben. Ich darf den nämlich jetzt machen! Ich will nämlich das, äh, Treuretterschwert haben. Und dann brauch ich Weisheit 18. Ich hab grad mal 10. Das ist aber auch so ein großer Prügel wie ich hab, ne? Ja. Ich will nämlich das, äh, Treuretterschwert haben. Ich weiß. Trotzdem, der ist cool. Das ist die Frage, wie man diesen Zauber macht. Was ist man denn, Zauber? Das ist ne gute Frage. Ich hab's ausgerüstet, aber... Ah. Also, normalerweise brauchst du ein Objekt, äh, womit du das machen kannst. Naja, es wird mir hier schon angezeigt. Klinge der schwarzen Flamme, aber ich kann das grad nicht einsetzen. Wahrscheinlich bestimmt auch ein Multiplayer oder so, ich weiß auch nicht. Naja, schon drauf zum Ziel. Ups. Du bist doch ein Ziel. Ich bin kein Ziel. Äh, ne, Lisa. Komm jetzt mal rein. Ich geb dir mein Item, womit ich zaubern kann. Vielleicht kannst du's ja nutzen. Was? Keksackt? Was? Ich versteh nur Bahnhof. Also, wo ich ein Item, damit ich überhaupt zaubern kann? Ja. Wo kriegt man das her? Ich muss mal gucken, ob ich's ablegen kann. Du bist noch nicht mal hier. Ich eigentlich. Ja, ich hab aber einen Punkt gesetzt. Wann hast du immer nicht Hunger? Du musst, glaub ich, nochmal sitzen. Bei mir kommt nix. Ach, ne, ich hab weiter weggesetzt. Boah, sagst du. Sorry, ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hab gedacht, ich stand direkt daneben. Zauberstoffe oder ein heiliges Siegel. Okay. Das sind einfach wie so viele Blätter oder ein Blühbühmchen. Das ist nachts immer. Okay, so ein Siegel her. Nacht immer. Ich muss das grad aus meiner Ausrüstung rausnehmen. Inventar. Da. Zurücklassen. Kannst du das aufheben? Ja. Ja. Gib's auf. Finger insigne. Was mach ich jetzt damit? Probier mal damit. Was soll ich dann? Rust du das mal auf der zweiten Hand aus? Äh. Ausrüstung. Ja. Da, wo das Feld ist. Ja. Und dann nimmst du die mal in die Hand. Nutz ich jetzt die Magie? Mit L1. Ui. 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 Fällt ja sehr lange. Ja. Sehr gut. Ja. Cool. So. Was jetzt? Braucht das Item zwar auch zum zaubern, aber eigentlich benutze ich dann nur den Heel. Deswegen ist das völlig egal. Soll ich dir wiedergeben? Nee. Alles gut. Behalt. Kauf mir einfach eins gleich. Hätt ich dir auch kaufen können. Nö. Task ist schwarze Flammen. Ja, ich fand das halt voll interessant. Aber ich musste so viel glauben. Dafür skillen. Du weißt doch, dass ich meine Gebühren abstottern muss, Lisa. Ja. Ich hab aber nicht eine Game-Währung. Nee. Echt-Gil. Hahaha. Nein. Alles gut. Ich hab einen Euro Gebühren gespart. Hahaha. Ach, das ist Zinsen für eine Schule. Und zwei Euro verdient für diese Frechheit. Hahaha. 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 Ich glaub, wir sollten auch gleich Schluss machen. Wir haben schon zehn vor eins. Gibt's hier noch irgendwo was? Äh. Äh. Ja. Kommt mal mit. Wo willst du denn hin? Na hier rüber. Na, aber da ist doch nur ein Raider. Nein. Ach. Falsch. 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 Hier rüber. Siehste. Jetzt war ich zu weit gelaufen. Oh. Invasion. Tschüss. That's me. Hahaha. Tschüss. Also so kann ich auch Paste bekommen. Oh. Oh. Jetzt weg Probleme. Oh. Das arme Ding ey. Wo rammst du das denn da hinten rein? Haffe. 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 Ah. Hier ist was. Aber das ist ein Dungeon. Ja toll. Wir treffen uns da drin. Da drin ist ein Bonfire. Das weiß ich. Kannst du ein Dungeon machen oder was? Ja. Okay. Der ist nicht lang. Ja ich weiß Peer, dass der Raider ein NPC ist in der Schlucht. Dem bin ich ganz am Anfang einmal reingelaufen und ich bin mich einfach gnadenlos zerlegt. Ich bin schon da. Ich hab das Bonfire nämlich schon. Aha. Ja. Hab ich das auch? Kick spielt also vor. Ja 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 ja. Äh nein. Du wirst gleich sehen warum. Warte man muss hier einen Aufzug runterfahren ja ne? Ja. Ja. Okay. Also mein. Zeichen liegt. Direkt am Fahrstuhl. Ah Moment. Ich setze mal gerade woanders hin. Fällt gerade ein bei der Kirche von L.E. hatten wir auch noch diese komische Wolfshöhle. Ja. Ja. Stimmt. So. Hab mein Zeichen wieder gesetzt. Ich mein's auch. Oh die hat schon wieder das nicht genommen man. Ne das. Der. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich meinen Charakter männlich gemacht hab. Also umgeändert hab. Ich hatte ja eigentlich einen männlichen Charakter. Ja. Mein Samurai. Das find ich allerdings cool, dass man das noch im Nachhinein verändern kann. Gott sei Dank. Ich fand meinen weiblichen Charakter. Ja. Wannst du deinen weiblichen Kacka? Ja. Sie sah aus, als ob man ihr ins Gesicht geschlagen hätte und die Nase eingedrückt war. Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt hab? Ne. Mit Mr. Nase Mirko? Ne. Nein? Nein. Ich musste mir mal Instagram gucken. Ich hab ein Foto am Boden gelegen. Warte. Da hat einer einen Spielcharakter gemacht und der hatte einfach so ne Nase. Ja, man kann schon sehr hässliche hier machen. Ja. Es sah wirklich bescheuert aus. Oh je, ich seh schon. Sieht da so ähnlich wie in der Mine vorher, in diesen anderen. Das hier ist die Mine. Hast du eigentlich hier an den Wänden Sachen kleben, Lisa? Nein, wir sind nicht bei Erso jetzt. Nein, weil die hängen normalerweise wie bei Schmiedesteine. Aber mir hängt hier nichts. Der Kegs erkundet hier ganz alleine alles. Äh, ja, das war die Stelle, wo ich Schmiedesteine gesammelt hab, um weiterzukommen. Nein, ich kam gegen Godric nicht an, Pierre. Und ich brauchte Schmiedesteine. Und normale Jobs mit Schmiedesteinen sind der letzte Müll. Hey, ein Schmiedestein. Yay. Kann ich Kekse an die Wand schubsen? Ja. Wohl, man hätte vorher abspringen können, da war nämlich noch ein Weg. Aha. Kannst du auch gleich nochmal gucken. Musst du nur schnell genug sein. Ich fühl mir die leiden und Schmerzen haben. Hehehe. Geht's lang? Finde ich. Aber Kekse hat gesagt, wir sind hier runter. Ich bin ja den Weg selber. Weil du keine Ahnung hast. Ja gut, ich zeig euch den, wer kommt mit. Also doch den Zwischengang, den Lisa eben gesagt hat. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt macht er so, als ob er jetzt große Entdeckung gemacht hat. Ohhhh. Wie kommen sie nur hier hin? Ja, ich weiß. Das wird der richtige Weg. Mit dem Wasserflug nicht mehr rauskommen. Äh, Lisa, hi. Okay. Ja, ja. Welcher Weg ist jetzt... Ach, da ist noch Luke. Ja, hast du gemacht? Hm? Ich helb hier. Nimm den! Nimm den! Nimm den! Nimm den! Die andere Richtung war ein Sackgass, oder? Ja. War's. Das hier sieht irgendwie so bossig aus. Ich hab Tatsache keine Ahnung, was hinter der Tür ist. Ja, das sieht nach dem Boss aus. Das sieht nach dem Boss aus. Bei mir ist die Tür zu. Bei mir auch. Bei mir auch, ich hab so durchgucken können. Und irgendwas knurrt dahinter. Da ist das ganz set des. Los, mach auf. Also es ist auf jeden Fall Boss-Raum, hab ich mir schon richtig gedacht. Ähm, was zum Teufel ist das denn? Was zur Hölle? Äh... Oh, ein Troll! Dein Gräber-Troll. Aua! Oh, der hält aber nicht viel aus. Naja, aber macht auch Aua. Der macht Aua, ja. Ah. Blele. Ich hab Pippi in der Hose, ja. Ist was? Ja. Aber was der gerade gemacht hat. Ja, auf dem engen Raum schon fies. Oh, Alter. Ich habe auch eine Krummfingermedizin bekommen, geil. Cool. Aber das war es schon, oder? Ja. Scheinbar. Wann raus, denn da passiert also ja auch. That was easy. Warum hatte ich so Angst, da rein zu gehen? Naja, wahrscheinlich. Weil du Bosse nicht alleine machen solltest. Da können wir ja eigentlich auch noch in die Wolfe. Irgendwie. War ich doch nicht schon? Nein, da kamen wir doch nicht rein. War ich nicht die schon gemacht? Wo war die denn? Die Tunnel? Bei der Kirche von Ehle. Da drüber, Haienhöhle. Aber habe ich das nicht schon gemacht? Gehen wir mal rein. Gardium Liviosa. Gucken wir doch einfach mal. Ne? Ich glaube, die habe ich schon. Das Zeichen liegt. Ja, meins auch. Also drin war es auf jeden Fall schon. Aber ob da auch Clear gemacht wird? Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da ein Boss drin ist. Ich glaube ja. Ja, da war ein Boss drin. Ja, da ist ja nicht. Ich weiß nicht. Ja, da war es immer noch. Ich weiß nicht.